Jo, herzlich willkommen zu Cookstarve! Delisier! Ich find's einfach geil, dass schon Essen im Hintergrund runter klatscht. Einfach von dem Hochhaus runtergeschmissen. Es ist einfach ein Riesen-Mais. I love it. It's my life. Esse ich nicht, esse ich nicht, esse ich nicht. Pretzel! Oh! German Cuisine. Pretzels wurden erst in Italien kreiert. Wow, wusste ich gar nicht. Was? So, was? So früh? What? Hey, was soll ich machen? Ist das? Who dat? Hi. Warum ist die so merkwürdig? Hä? Was willst du? Ja, ihr wollt brezeln, ich seh es. Und jetzt? Ich kann mich nicht aus dem Arsch ziehen, okay? Alle wollen brezeln. Same. Einmal fünf Euro bitte, das ist ja jetzt Oktoberfest. Da kann man die ein bisschen überteuert machen. Jo, ihr wollt alle brezeln. Das ist schön. Die Leute stellen einfach da und denken sie so. We-we-weber-Bretzel-Et-Kimchi. Oh, ich könnte sterben. Oh, ich liebe es. Oh. Oh. Looks good. Wir sollten vielleicht mal anfangen, die ganze Zeit auf Filme von Essen zu gucken. Oh mein Gott. Oh, Organic. Das ist mein Laden. Oh, da habe ich mein Cookie Mama Video zugesehen. Pretzel. Hilfe. Nicht so schnell, bitte. Classic. Pratsch. Einfach draufgeklatscht. Nein. Den will ich gar nicht. Hä? Nein. Stopp. Die wollen aber Salisbury Steak. Wie komm ich hier weg? Oh mein Gott. Hilfe, ist das stressig. Die wollen das doch alle nicht. Hä? Und der eine muss pinkeln? Wie soll ich das denn jetzt ändern? Hä? Aber... Was? Äh? Hier, geh doch auf Klo, geh doch passen, Mann. Hä? Ach so. Sag das doch gleich. Hä? Wollt ihr das nicht? Sind die Dürme? Hier hast du Steak. Hä? Das war aber auch nicht das, was sie haben wollten. Nur das mit dem Klo kriege ich hin. Das ist so traurig. Wenn man nicht kochen kann, macht man einfach das Klo sauber. Steak. Pratsch drauf. Hä? Warum ist der denn jetzt wütend? Hat das super gemacht. Was ist das denn? What the frick? Was? Hilfe. Was zum frick? Ich bin gerade einen Tag hier und irgendjemand will bei mir einbrechen. Was wollen die? Und der hat Banana drauf. Ach so, warte. Das steht da. Milk und Stroop. Ah. Der sagt das doch gleich. Trash. Immer so einfach in den Müll irgendwelches Desinfektionszeug reingeklatscht. Und noch mehr Brezel. Warte, das Steak. Ich muss raus hier. Nein. Pfff. Äh, Cornflakes. Oh Gott, so schnell kann ich gar nicht lesen. Pfff. Boah, könnt ihr mal weg. Hilfe. Ah. Ich bin seriously stressed right now. Dummes Steak. Trash. Boah, ja. Da liegt überall die Scheiße. Ich denk mir auch nur so. Ew. Da gehst du nicht mehr hin. It's disgusting. Ew. Kackela... Ew. Disgusting. Hilfe. Stirbt alle. Beans. Gesso. Was ist denn Gesso? Gesso. Ew. Was ist die da alles reinklatschen? Pretzel Bun. Oh mein Gott, das ist live. Wie level up. Ich mach alles falsch und dann steht das level up. und ich denk mir so. No. Not really. Huh. Ching, ching, ching. Mesh, mesh, mesh. Was? Oh, ich dachte grad, ich muss mit der Katze was machen. Hey, Kat. Kesso. Hm. Find ich auch. Die German Pretzel. Jeder will die German Pretzel. German vor allem. Ja, ist okay. Jetzt chillt doch mal. Alle. Das ist scheiße einfach. Es gibt so viel Auswahl. Croutons, Mushrooms, Tomatoes, Broccoli. Das ist ein Broccoli. Was ist das auch noch? Oh Gott. Das kommt ja auch noch dazu. Ach du Frick. Bro. What? Ja. Jetzt scheißen die mir auch noch das Klo, wenn das nicht so. Da hab ich ja null Zeit für. Ha. Croutons, Mushroom, Tomatoes. Warum fühl ich mich so französisch? Ah. Pam, 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 pam. Was? Hab ich das kaputt gemacht? Die hab's kaputt gemacht, bin ich dumm. Bus, schieß, kack, kack. Oh Gott. Be, beb, beb, beb. Be, beb, beb, beb. Be, beb, beb. Be, beb, beb. Psch. Psch. Es ist so Musik wie aus einem schlechten Porno-Film. Mh. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt gehts immer los. Ich hasse euch alle. Könnt ihr nicht irgendwo anders essen bestellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt kann ich euch endlich die fucking Steaks machen! Die ersten 5 waren einfach verschissen. Aber jetzt kann ich die besten Steaks auf der Town machen. Bitches. Vor allem, wie die erstmal Fotos machen. Das bin ich, die Instagram-Haul. Mein Steak sieht so hübsch aus. Wie er einfach die Blumen isst. Oh, so lecker. Low Carb. Pam, pam, pam. Das sieht so eklig aus. Sie hat einfach alles reingeklaßt. Aber diesen Pretzel-Bundit finde ich schon geil, muss ich sagen. Pam, 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 pam. Der wäre einfach alles. Hier, ich nehme die ganze Kacke. Bam, bam, bam. Oh, ich liebe es, wenn ich einfach alles nehme. Das ist so easy. Ich nehme Felix einfach immer alles. Hier, ich nehme die ganze eklige Shit, die ich nicht essen würde. Du willst die eklige Kacke, yeah, yeah. Dann nimm es doch und nerv mich nicht mehr. Yeah, du hast alles Kacke gemacht. Alle hast du nicht. Hier hast du kostenlosen Kram. Immer diese Handy-Piepe. Vor allem die auf ihrem Nokia-Phone so. Keiner will was anderes. Alle nur whip. I whip my hair back and forth. I whip my hair back and forth. Die sehen alle voll aus. Nein. Ist eklig. Und trotzdem kommen alle zu mir. Tja. Es spricht sich einfach rum, dass ich die beste Sahne drauf klatsche. Vor allem, dass ich super schnell bin und denen einfach die Kugel Kuchen schon ins Gesicht klatschen. Die kommen so gerade in die Tür rein. Ja, hast du schon. Du kriegst auch Kuchen. Und du kriegst ein Auto. Und du kriegst ein Auto. Minz. Minz-Meat. Ew. Ew. Das ist ja voll widerlich. Ist das nicht Hackfleisch? Ew. What the fuck? Creepy Bastards. Du hast genug Kuchen gehabt. Oh Gott. Die werden alle nacheinander fertig. Das verstresst des Jahrhunderts gerade. Ja, ist doch okay. Das ist gerade so eine Reizüberflutung. Ich komm nicht klar. Scallions? Wo sind die? Ach da. Das wird doch sonst nie einer. Das ist viel zu gesund. Oh Gott. Oh. Ich hoffe, euch hat dieses gestresste Gameplay gefallen. Wenn ihr Spaß an diesen Trash-Spielen habt, dann lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Und ein Like. Schaut euch auch die restlichen Sachen an. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye-bye. Shaka-Brows.